Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Entschuldigt bitte vielmals, ich bin einfach nur ein Pfosten. Ich gehe nochmal zu den Schlüsseln, wir haben eh alle Schlüssel. Das hier wird wahrscheinlich eher gemeint sein, dass wir alle Gegner in dem Level besiegt haben, schätze ich mal. Aber schlüsselmäßig haben wir in den Level 1, 2, 3 und 5 alle gesammelt, die es gibt. Somit können wir ohne schlechten Gewissen gleich hierher marschieren. So, also zum 4er Kapitel. Entschuldigt bitte vielmals, ich habe mich da grob vertan. War keine böse Absicht. So, 6er, 3er, 5er, 7, 2, dann bist du 4. So, passt, gehen wir es nochmal an. Ich werde definitiv krepieren, das weiß ich jetzt schon. Jetzt will ich gerade mit dem Sessel zurück rutschen. Das war nicht eine gute Idee. Wo treffen mich denn diese Gratler? Die treffen mich so oder so, ne? Wurscht, was ich mache. Naja, die muss ich wegballern. Okay, die müssen wir wegballern. Das geht nicht anders. Gut, dann ballern wir sie halt weg. So, ich lade nochmal. Das eine Leben möchte ich gern behalten. Na, ne, ist ja eh. Dann, 7, da. So, nochmal. Okay, die muss ich wegballern. Ich werde wahrscheinlich auch diesen, die noch hier wegballern, wenn ich mal Ruhe haben. So. Da hinten waren noch Munitionen für Ka. Nix, also. Na, was mache ich denn? Entschuldigung. So. Dann war da oben irgendwo ein Gratler. Dann erreiche ich so. Aha, er reicht mich. Ich bin da verdammt schlecht beim Ziel. Da bin ich gar keinem. Also, da ist bei mir echt krass. Da bin ich wirklich schlecht. Aber ich habe auch verdammt wenig Leben. Da wäre halt so ein Shop-Kamott gewesen, ne? Wo man ein bisschen Leben hätte können, kaufen können oder so. Ja, servus Herr Gratler. Passt, der ist erledigt. Oder irgendwo mal wenigstens ein bisschen. Da oben ist ein... Schau mal, da oben ist der Schlüssel. Aha, da kommen wir von da drüben irgendwie her. Ähm. Wahrscheinlich... Ja, keine... Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Äh. Boah, ich hasse ihn. Ich hasse den Kerl da drüben. Oh, der war schön. Riff doch, bitte. Hallo? So rief doch nicht. Ja, geht ja. So. Beste. Schön. Haben wir schon mal. Was? Der ist erledigt. So. Na, jetzt brauche ich hier stecken. Ist eh klar. Wow. Hui. Jetzt hat er mich erschreckt. Ah, schön. So, da haben wir auch noch was für uns. Was Tolles. Ich bringe die einfach mal um. Tut mir leid, Peter. Irgendwer hat er gerade noch. Was? Der ist auch erledigt. Schön. So. Look, look. Ich bin so doof. Wir hatten alle Schlüssel, ne? Wir haben alle Schlüssel gesammelt. Und ich, Depp, dachte noch, da fehlt noch was. Aber, nope. Wir waren brav. Na, nö. Ich will da rauf. Bitte. Wieso lassen die einem nicht da rauf? Das ist gemein. Wie kommst du da? Kommt man hier rauf? Nö, oder? Jetzt willst du das eine Teil da haben, dann kriegst du es nicht, ne? So, jetzt bin ich... Jaja, natürlich. Soviel dazu. Jetzt bin ich mal oben. Na. Keine Ahnung, wie es da raufkommen zu ist. Solltest. Wäre schön gewesen. Hätte ich gern gehabt. Das schaut so aus, als wenn es so gewollt wäre, ne? Hier. Aber in Wirklichkeit, nö. Ich kann mir nur vorstellen, dass man hier... Jaja. Jaja. Ja, klar. So ist das gedacht. Na, wir bist... Okay. Das ist schon viel besser. Okay. Aha. Boruck. Mhm. Aha. Aha. Und? Heureka! Jawohl. So schaut's aus. Bip, bip. Warte, hinten. Was? Nö. Oh. Hi! Oh. Nein, nein, nicht zu nah. Nicht zu nah. Passt, der ist erledigt. Was haben wir da? Nein, jetzt ist das Blaue weg. Ach, nö. Was haben wir denn hier noch tolles? Es hat halt wirklich seine Vorteile, ne? Wenn man das Label schon kennt. Definitiv. Aha. Jetzt darf ich da nicht hoch, oder was? Wägen. Weil er das so möchte. Aber ist da oben nicht irgendwas? Nein. Schaut nicht aus. Halt, das ist Blaue. Hui! Portal, ich komme. So. Was haben wir denn da, Feines? Aha. Na, Fein. Crepira Tartarus Maximus. Wow. Ich schneide durch. War das falsch? Ja. Das war falsch. Timingsmäßig. Wow. Wow. I am Turok? Ach, wie schön. Ich habe nur mehr ein Leben. Hui. Alter Schwere. Wow. Nein, jetzt fall ich noch runter. Krutze, Fuchzene. Ach, gescheißen, Dreck. Hä? Schwingt der was? Nö. Ja, sicher. Noch mal runtergefallen. Geh, komm, hör auf. Ich will da nicht kribieren. Okay. Ja. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja. Jetzt ist wieder zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Ach, Käse. Wo war jetzt das Erste? Da drüben? Mann, oh. Es ist echt bewundernswert, wie gewisse Leute da wirklich so schön und so schnell durchkommen, ohne Probleme. Und ich stelle mich da an. Mit der letzte Temp. Und zwar könnte es zu knapp gehen. Ja, schau schon wieder. Krass, ey. Wie gibt es denn das? Dabei bleibe ich immer gleich stehen. Oder zumindest einigermaßen gleich. Gut, das schaut gut aus. Ja, schaut gut aus. Passt. Wow. Jawohl. Hü. Hü. Schön. Volles Leben. Hui. Wie toll. So, da war ich schon, ne? Karte. Ich verlaufe mich schon wieder. Da tun wir jetzt wieder dieser große, böse Mistkerl. Ich sollte vielleicht... Nein, eine andere Waffe wollte ich wählen. Aha. Mhm. Gut. Okay. Oje. Aha. Okay, das wird der Schluss sein. Dann werden wir wahrscheinlich zuerst darüber müssen. Sind das hier Statuen oder werden daraus einst mal Monster? Also wirklich zum Bekämpfen. Das will ich ehrlich gesagt nicht hoffen. Leben ist immer gut. Ja, hilft mir nur grad nix. Ja. War nicht so schlau, ne? Ja, freilichstens. Monster. Au. Ja, da kommt der Nächste. Was bist du, bitteschön? Äh. Das Leben hätte ich mir sparen können. Passiert wahrscheinlich. Was, wenn wir alle besiegen, oder wie? Wer hat mich denn jetzt angeschossen? Du saukerl. Ah. Wahrscheinlich passiert gar nichts. Ich hätte einfach nur da rein brauchen. Tschüss. Oh, Käfer. Ich mag keine Käfer. In dem Spiel mag ich keine Käfer. Na, will ich das? Erika! Was ist das? Was ist denn jetzt? Noch einer, Alter. Alter, du Drecksau. Aha, interessant. Da geht ja. Unfassbar. Noch einer? Alter, geh weg. Alter, wie viele sind es noch? Ja, freilich. Ja, ja, natürlich. Und natürlich sind wir hier draußen. Ist logisch. Ist logisch. Alter, Hupfengatsch. Alter, nicht einmal... Nicht ein Kontrollpunkt. Das ist aber echt nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Ja, du musst frecken, das hilft nichts. Geil. Alter. Da. Munition ist auch schon wahnsinnig knapp. Ja. Du gehst sterben. Hallo. Du Grattler. Der bringt mich jetzt rum. Oder auch nicht. Ist ja kacke, ey. Geil. Okay. Ja, passt. Der ist auch hin. Geh, ist das kacke. Jetzt muss ich das auch nochmal machen, ne? Ja, jetzt geht's weg. Ist ja klar. Ist ja sowas von klar. Was willst du? Schau, jetzt war die Kupfer. Ah, nicht schlecht. Na komm, bleib mit hängen. Was? Der ist auch kribiert. Dann holen wir uns halt den Schmarrn nochmal. Boah, das ist schon ein bisschen böse, ne? Oh Gott, ich hab jetzt nicht mitgeschaut. So. Jetzt kill ich da einmal, wenn du nicht verstehst. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Da ist er über seinen großen Zeh gestolpert. Mann, ist das ärgerlich. Nicht ein Kontrollpunkt, gar nichts. Boah, die Levels sind ganz schön hart, ne? Jetzt hab ich nur Glück gehabt. wird auch immer dünner, der Schmarrn hier. Und raus hier. Alter Schalter. So was bin ich schon überlegen, ihn zu drehen. Echt. Und nochmal raus zu gehen und zu speichern. Ich glaub, das mach ich sogar. Ich glaub, das mach ich sogar. Wenn ich jetzt noch den Weg zurückfinde. Ich glaub, hier war's, ne? Oh Gottchen. Ich bin echt im Überlegen. Ich überlege nicht lang. Ich speichere einfach. Geh ein. Jetzt riechen. Ich geh jetzt einfach speichern und punkten. Ganz einfach und kompliziert. So, weil wir sind obendrein noch mit vollem Leben ausgestattet. Da ist er. Ich werde ihn nie anfinden. Den Speicherkerl hier werde ich nie finden. So, hier einfach und ja bitte. Und zurück. So. Und rein hier. So, jetzt kann man frischfühlig weitermachen. Wow. So. Servus. Tschüss. Wo komm ich eigentlich raus? Oh, hey. Aha. Na. Käfer. Ich mag keine Käfer. Oh Gott. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Schragt sie ihn bitte nicht. Lol, das ist der Ausgang schon? Natürlich ist das der Ausgang. Was red ich denn für den Stiefel? Ich dachte, da geht's weiter. Dann wär einfach nur ein besonders hübsches Portal. Na, das ist der Ausgang da erst. Na prima. Ging's hier dann überhaupt nicht mehr weiter, oder wie? Schaut, den hab ich auch vergessen holen. Hoi, der K. Hü, hüpf. Hü, hüpf. Aha. Alter, alter Schwäge. Alter. Alter. Ui, 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 ui. Passt, der Sinn. Ach. Ui, der K. Passt. Schönen treffen. Passt. Geht ja. Haha. Dann hat's mal weggebracht. So, zuher bald keine Munition mehr, ne? So, wir müssen jetzt da lang. So, ich geh nur die Sachen mit da holen. Jaja, haut sich nur selber weg. Okay, die Munition brauche ich nicht. Muss nur warten, bis die Tür unten ist, ne? Und dann können wir in die Freiheit entfleuchen. Komm, Machine. Du Kacktür. Ich glaub, jetzt geht's. Nichts wie durch. Jawohl. Geschafft. Puh. So, die Käferleins. Können mit dem Buckle runterrutschen. Rutschi, rutsch, rutsch. Okay, ich treffe gar nichts. Ah ja, jetzt sind wir nur bei denen gerade dran gehen. Boah. Au. Au. Alter. Die müssen erstmal weg. Wo ist denn das Messer? Ich brauche ein Messer. Ist jetzt Ruhe? Na. Alles super. Ja, dann nehmen wir die Pufen. Juhu. Leben, leben, leben. Die ist so teppert. Verstehen wir was? Ja. Alles gut. Schneid die Seite wechseln. Oh. Have you ever skedroffed? Yet somewhere? Au. Fast. 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 Okay, der ist auch erledigt Der ist nochmal auch erledigt Der müsste auch gleich weg sein Genauso wie der Gein, du Klumpert Der müsste auch erledigt sein Da haben wir Herzchens Da ist auch noch so ein Radler Passt, läuft Läuft besser Passt, den ersten Steinhammer Super So Was zum Speichern wäre jetzt schlecht So Und hier geht's weiter Ach so Aha Okay, soll ich nochmal riskieren? Boah, ich hoffe, ich kriege das hin Nein, wartet So sicher nicht Da kann man ja normalerweise problemlos auch hier rausgehen Das ist sogar einfacher Da brauche ich nicht Angst haben oder riskieren Von der Lava da Hier und so, ne Getroffen zu werden So, ich speichere mal ganz kurz Der eine Stein ist mir schon wert Ist jetzt zwar ein bisschen umständlich, ich weiß Aber Speichern, ja Ich werde sogar hier drauf speichern einmal Ja Für den Fall der Fälle, dass ich alles komplett falsch gemacht habe So Das heißt Kehrt Marsch, ne Wir müssen jetzt mal hier hin Wow Sehr's So Und da müsste es eigentlich mal für uns weitergehen, ne Passt, der ist auch erledigt Ich glaube, hier war nix, ne Nö Okay Dann hier lang, ne Wusch, 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 wusch So was wie Leben oder so Gab's auch nicht wirklich, oder? Doch, doch Hier Äh, nicht so schnell Passt, jetzt darfst Bisschen Luft holen zwischendurch Da, 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 da Geht schon schneller Da, 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 da Hopp, nicht stecken bleiben Ich glaube, hier ganges lang Dann denke ich mal hier rauf So Okay, das ist eigentlich Quark jetzt mal aus dem Weg Ach, jetzt willst du den Deppen endlich mal ausweichen Und dann geht wieder nix Furchterbar So Hier haben wir ja gar nix, ne Das wusch, wof, die Schau Das wird nicht besser Genau, viermal Wow Jaja, ist schon gut Viermal Munition, wollte ich sagen Und raus hier So Genau Passt, du bist erledigt Hui Boah ey, ich hätte nie gedacht, dass man den Sprung hier schaffen kann Jetzt wäre mal der Kontrollpunkt Pff, ich bin da ganz wahnsinnig Entschuldigung Kontrollpunkt So Da ist mir lieb, der Kontrollpunkt Da, bra, 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 bra So, normalerweise Ich war halt der Meinung Das ist hier Passt auf Das ist da irgendwas Na, stopp Ich will nochmal zurück Aha, geht nicht Ich wollte die Herzen holen Das ist aber auch wieder mal höchstverdächtig, oder? Das ist hier Das ist hier Ähm Ja, und jetzt? Ich finde es ist Hä? Das stecke ich hier fest, oder was? Das ist hier sonderbar Ja, und jetzt? Ah, da unten, oder was? Da zum Runterspringen, oder wie? Tatsächlich Naja, war klar War so klar Dass ich das nicht richtig hinkriege Mhm Naja, war klar Na, was tue ich da? War klar Jetzt habe ich das auch schon eingesammelt, ne? Boah, nochmal daherlaufen Ja, warum nicht? Laden Na, den will ich haben Ja Na, das Leben gehen nicht her schenken Auf keinen Fall Nur nicht wegen Schusseligkeit Ah, verkehrt Da muss ich lang, genau Hier müssen wir lang So, Entschuldigung So, halt Du bist weg, mal weg Kerl Boah, wir haben ihn aus der Luft schon ein bisschen getroffen gehabt Das ist schon mal was So, da hinten war eh nix, glaube ich Also da lang Nur hier war, da hinten waren ein paar Herzen Äh, ich sage immer Herzen Leben Also plus So Und so Aufmerksam Wow Passt Ich sehe weiter Ich glaube, wenn ich auftauche, bin ich etwas schneller Tap, 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 tap So Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Auf gar keinen Fall So, da hinten war eh nix Meine ich So, nix wird durch Jetzt schon gern mal Vollgas Haha, nix erwischt Ätsch, bätsch, ätsch, bätsch So Ätschi, bätschi, ätschi, bätschi Wow Vier Magazin Sehr schön Wah, lass mich durch Ach du Arsch Wie er eint den Weg versperrt Der Mistkettel Passt, ist auch erledigt Und Ali hüpf Ali hüpf Und drauf da Okay, jetzt kann ich ihm Jetzt weiß ich schon besser Bescheid Ach, nicht runtergefallen Glück gehabt Stirb Waaah Kontrollpunkt Hammer Obwohl der mir eigentlich nix bringen tut Wow Passt Das haben wir jetzt auch endlich mal So, also jetzt sauber rennen Alles einsammeln Schwing, schwung, schwung, schwung Nein, halt Stopp Schwing, schwang, schwang, schwung Und jetzt da Soll es hier irgendwie runtergehen, ne Boah, ich hab so Schiss, ey Ich hab so Schiss, dass ich da in der Tod stürze Das ist so schwer zu sehen Glück gehabt Glück gehabt, Alter Ich hätte mir den Kontrollpunkt sparen sollen, vielleicht Alter, da kommst du voll ins Schwitzen, ey Wow Wow Alter, hab ich Schiss Haha Nicht gut Ja, ja Ui Wow Ich hab schon gleich die Fall runter Alter Ich will was zum Speichern haben, ey Sofort Und auf der Stelle Ah, da muss wieder so ein Gratler Mal schauen, wie es da oben ausschaut Ein Bus Okay Ein Rucksack, den man ja brauchen tut Okay Na, da drüben war nix zum Aha Boah, ich hätte so gern was zu speichern, ey Ah Ich steh weg Was wär Alter, alter, alter Du Dreckschwein Passt der Sinn? Oh Gott, wieder nix zum Speichern Oh 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 Den kann man ja brauchen, weil wir schon einen haben, ne Wow Wow Passt, der ist erledigt Wow Alter Bitte, ich will nur speichern Den nehmen wir mal gerne mit Stipp, stipp, stipp Wow, das ist wieder ein Starker Oh Gott Ich weiß, uns fehlt, glaube ich, ein Schlüssel, ne Aber ich bin mal Ich bin mal am Speichern Leck am Allerwertesten Ach, du liebe Zeit So Wow Du liebe Zeit Ich glaube, ein Schlüssel fehlt uns noch, ne Wo ich kein Schimmer hab, wo der sein könnte Ich muss den Achter einfach mal speichern Wow Das ist mir grad wert Au Da war irgendwo Munition Ich hab's gesehen, da Die wir nicht brauchen tun, weil wir voll sind, scheinbar Ich muss mal Karte schauen Da hinten Da haben wir noch nicht alles erkundet Vielleicht Vielleicht geht's da hinten ja weiter Brauchen wir kurz die Karte Oh Und die Uhrzeit, natürlich Entschuldigung Wahrscheinlich bin ich schon drüber Äh Wir haben 17 Tatsächlich, ja Wir sind schon Wir sind schon 10 Minuten drüber, glaube ich 10 Na, stimmt nicht Der Part ist genau zu Ende Ach, du liebe Zeit Na gut, dann lassen wir's mal so Wir haben eh gespeichert Das passt eh prima Und äh Ja, ich hoffe Dass wir noch das finden Den letzten Schlüsselsteinen Also das wär echt super Ihr Lieben Das war's dann wieder für heute Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen Fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem, wann das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi Tschüssi